Stellt euch vor, ihr seid verheiratet, lebt mit eurer besseren Hälfte in einem schönen Haus, führt ein erfolgreiches Unternehmen und eines Tages müsst ihr realisieren, dass nichts so war, wie es schien. So erging es auch Fred William Österreich, dessen Frau ihn nicht nur nach Strich und Faden betrug, sondern das auch noch auf eine wirklich sehr kreative Art und Weise. Heute durchleuchten wir die Affäre von Walburga Österreich und ihrem Liebhaber Otto Sannhubur. Heute beschäftigen wir uns mit einem Fall, der viele, viele Jahre zurückliegt, weshalb die Informationsquellen sehr begrenzt sind. Bevor wir ins Ereignisjahr 1922 reisen, müssen wir noch ein bisschen weiter zurück. Walburga Österreich wurde 1880 als Walburga Korchel in eine deutsche Familie hineingeboren. Es ist nicht ganz klar, ob sie noch in Europa geboren wurde oder doch erst, als ihre Familie nach Amerika auswandelte. Ihre Kindheit und Jugend verbrachte Walburga in Milwaukee, Wisconsin. Bereits in jungen Jahren arbeitete sie dort in einer Textilfabrik. Diese Fabrik gehörte einem Mann namens Fred William Österreich. Fred war selbst ein deutscher Einwanderer, der sich mit der Textilfabrik eine erfolgreiche Karriere in Amerika aufgebaut hatte. In seiner Fabrik stellte er vermehrt deutsche Einwanderer ein, so auch Walburga. Walburga, genannt Dolly, schloss schnell Freundschaft mit ihren Kollegen und Kolleginnen in der Fabrik. Diese schätzten sie sehr als Kollegin und erfreuten sich ihrer angenehmen, charismatischen Gesellschaft. Auch Fred fiel Dolly auf. Und zwar so sehr, dass die beiden heirateten, als Dolly 17 Jahre alt war. Eine gute Partie für Dolly, wie man damals zu sagen pflegte. Fred bot ihr ein gutes und angenehmes Leben als Frau des Fabrikinhabers. Und böse Zungen behaupteten später, Dolly habe dies sehr zu nutzen gewusst. Bei den Mitarbeitern in der Fabrik war sie nach der Heirat mit Fred beliebter denn je. Sie verstand es, als Vermittlerin zwischen Mitarbeitern und dem doch sehr distanzierten, kalt wirkenden Fred zu fungieren. Schon früh begannen Gerüchte die Runde zu machen, dass die charismatische Dolly ihr Ehebett nicht nur mit ihrem Ehemann teilte. Man munkelte, sie habe regelmässig Herrenbesuch zu Hause, während Fred tagsüber in der Fabrik zu tun hatte. Ob Fred diesen Gerüchten Glauben schenkte oder diese überhaupt zu hören bekam, ist je nach Quelle unterschiedlich dokumentiert. Die Jahre vergingen und die Österreichs lebten ein scheinbar glückliches Eheleben. Doch der Schein trügte. Dolly war unglücklich in ihrer Ehe. Fred soll ein mürischer Mann gewesen sein, der eine Vorliebe zum Alkohol hatte. Hinter verschlossenen Türen soll das Paar oft und übel gestritten haben. Dolly habe sich von Fred nicht geliebt gefühlt, was sie schlussendlich in die Arme eines anderen trieb. Dieser andere war der damals 17-jährige Otto Sannhuber. Otto war ein Mitarbeiter in Freds Fabrik und Dolly schon öfters aufgefallen. Eines Tages rief sie ihren Ehemann in der Fabrik an. Er solle ihr Otto vorbeischicken. Ihre Nähmaschine funktioniere nicht mehr und Otto, welcher auch in der Fabrik für Reparaturen zuständig war, solle diese reparieren kommen. Nichts ahnend schickte Fred seinen Mitarbeiter Otto los. Beim Haus der Österreichs angekommen, öffnete Dolly in Bademantel und Strümpfen bekleidet die Haustür und bat Otto hinein. Während dieser die Nähmaschine reparierte, verführte die mittlerweile 33-jährige Dolly den 16 Jahre jüngeren, unerfahrenen Otto. Und wenn die Geschichte hier enden würde, wäre es einfach die klischeehafte Geschichte der unglücklichen Hausfrau, die den Handwerker verführt, während ihr Mann auf der Arbeit ist. Doch leider nahm diese Geschichte eine sehr verrückte Richtung, die schlussendlich in einem Mord enden sollte. Dolly und Otto begannen eine Affäre. Zunächst trafen sie sich nur in Hotelzimmern, doch später verlagerten sie ihre Treffen ins Haus der Familie Österreich. Otto nutzte jede Gelegenheit, um Dolly zu Hause zu besuchen, während ihr Mann Fred in der Fabrik war. Es dauerte nicht lange, bis die Nachbarn bemerkten, dass dieser fremde junge Mann immer öfters bei den Österreichs ein- und ausging. Und so erzählte auch ein Nachbar eines Tages, Fred, von dem jungen Mann. Dieser konfrontierte seine Frau Dolly mit den Verdächtigungen der Nachbarn. Dolly erklärte ihrem Mann, dass er nichts zu befürchten habe. Der junge Mann sei ein aufdringlicher Buchverkäufer gewesen, der mehrmals aufgetaucht war, aber sie konnte ihn erfolgreich abwimmeln. Und Fred glaubte ihr. Dolly und Otto mussten sich nun etwas anderes einfallen lassen. Zu hoch war das Risiko, dass die neugierigen Nachbarn erneut Verdacht schöpfen könnten. Otto lebte zu dieser Zeit in einer Pension, wo auch andere Mitarbeiter der Fabrik ein Zimmer gemietet hatten. Somit war das keine Option. Ein Hotel war den beiden wohl auf Dauer auch zu teuer. Und dann, ja dann, kam Dolly auf eine Idee, welche alle ihre Probleme lösen sollte. Otto zog bei den Österreichs ein. Ja, ihr habt richtig gehört. Die liebe Dolly hat kurzerhand ihren Liebhaber in das gemeinsame Haus einziehen lassen. Wie das funktionieren soll, fragt ihr euch. Tja. Otto nannte von da an den Dachboden der Österreichs sein neues Heim. Genau, Otto zog tatsächlich auf dem Dachboden der Österreichs ein. So war Otto immer in der Nähe und Dolly musste sich keine Sorgen mehr um die neugierigen Nachbarn machen. Der junge Otto war so verliebt in Dolly, dass er der Idee gleich zustimmte. Er sparte sich die Miete in der Pension und war so seiner Geliebten immer nah. Laut Berichten sah sich Otto als angehender Schriftsteller und er wollte die Zeit, die er auf dem Dachboden verbrachte, dazu nutzen, um endlich den Roman zu schreiben, den er schon immer erstellen wollte. Dolly versprach ihm, sich um ihn zu kümmern und das tat sie auch. Die Tür zum Dachboden schloss Dolly ab und trug den Schlüssel immer bei sich. Natürlich fiel das Fred irgendwann auf, doch Dolly hatte eine passende Erklärung bereit. Sie sorge sich um die Sicherheit ihrer Wertsachen, weshalb sie ihre Wertsachen und ihren Schmuck sicher verschlossen auf dem Dachboden verstaute. Nur für den Fall, dass mal jemand einbrechen sollte. Und wieder glaubte ihr Fred. Tagsüber, wenn Fred in der Fabrik war, liess Dolly ihren Otto raus. Sie zog die Vorhänge zu, damit er sich von den Nachbarn unbemerkt frei im Haus bewegen konnte. Abends, wenn Fred nach Hause kam, ging es für Otto zurück auf den Dachboden, während Dolly den Abend mit ihrem Ehemann verbrachte. Wenn die Österreichs abends auf eine Party oder Essen gingen, nutzte Dolly einen unbemerkten Moment, um die Dachbodentür aufzuschliessen. Otto wartete dann jeweils, bis Fred und Dolly das Haus verlassen hatten, um sich dann etwas zu essen zu holen, Musik zu hören oder sich einfach frei im Haus bewegen zu können. Wenn ihr nun denkt, das kann ja nicht lange gut gehen, dann habt ihr Dolly genauso unterschätzt wie ich. Wie lange Dolly ihren Liebhaber auf dem Dachboden versteckt hielt, fragt ihr euch? Ich sage es euch. Fünf Jahre. Fünf Jahre. Unglaublich, oder? Natürlich hatte Dolly auch etwas Glück, wenn man es so nennen kann. Fred war abends öfters betrunken und seine Arbeitstage in der Textilfabrik waren sehr lang. 1918 entschied sich Fred dazu, seine Fabrik zu expandieren. Er plante eine weitere Fabrik in Los Angeles, weshalb die Österreichs umziehen mussten. Das passte Dolly natürlich überhaupt nicht. Wie sollte sie ihren Liebhaber weiterhin sehen? Doch auch für dieses Problem hatte Dolly bald eine Lösung gefunden. Sie erklärte ihrem Mann, dass sie einem U-Zug zustimmen würde, aber nur unter einer Bedingung. Sie würde ihr neues Haus aussuchen. Und Fred willigte ein. Und so suchte Dolly ein schönes neues Haus in Los Angeles mit einem schönen, grossen, geräumigen Dachboden. Dort zogen sie und ihr Mann ein, während es sich Otto bereits auf dem Dachboden gemütlich gemacht hatte. Es gibt Berichte darüber, dass Fred durchaus Geräusche im Haus bemerkte oder sich fragte, wieso die Reste des Abendsessens plötzlich nicht mehr im Kühlschrank vorhanden waren. Dolly schaffte es jedoch immer wieder, ihn davon zu überzeugen, dass er entweder übermüdet oder betrunken war und sich Dinge einbildete. Während Fred sich fragte, ob er langsam verrückt wurde, setzten Dolly und Otto ihre Affäre unbeirrt fort. Über die Jahre erzählte Dolly ihrem Liebhaber sogar, Fred sei Alkoholiker und sogar gewalttätig. Otto wurde mit der Zeit eifersüchtig, weil er auf dem Dachboden mit anhören musste, wie sich Dolly mit ihrem Mann im Ehebett vergnügte. Darauf angesprochen versicherte Dolly ihrem Otto, dies sei eine Notwendigkeit. Sie müsse schliesslich ihre ehelichen Pflichten erfüllen, um Fred bei Laune zu halten. Wer sonst würde für sie beide aufkommen? Otto glaubte ihr. So vergingen weitere Jahre, bis im Jahr 1922 alles aus dem Ruder lief. Am 22. August 1922 stritten sich Fred und Dolly mal wieder. Dieser Streit soll ungewöhnlich schlimm und laut gewesen sein, was Otto hellhörig machte. Aus Angst, Fred könne seiner Dolly verletzen, rannte Otto kurzerhand vom Dachboden ins Schlafzimmer, holte sich dort die zwei Pistolen, welche Dolly ihm mal gezeigt hatte, lief ins Wohnzimmer und schoss dreimal auf den mehr als überraschten Fred. Man kann sich kaum vorstellen, was Fred wohl durch den Kopf gegangen sein muss, als er seinen ehemaligen Mitarbeiter mit zwei Waffen in der Hand die Treppe runterrennen sah. Fred überlebte die Schüsse nicht. Dolly und Otto war klar, dass in Kürze die Polizei da sein würde und ihre Affäre aufzufliegen drohte. Dolly, welche stets lösungsorientiert handelte, hatte auch für diese scheinbar ausweglose Situation eine Idee. Kurzerhand manipulierten sie den Tatort. Sie inszenierten einen Einbruch. Nachdem sie alles inszeniert hatten, schloss Otto seine Dolly im Kleiderschrank ein, warf diesen Schlüssel weg, nahm Freds Diamant-Armband-Uhr sowie Bargeld und die Waffen an sich und versteckte sich wieder auf dem Dachboden. Als die Polizei eintraf, welche von den Nachbarn verständigt wurde, fanden sie Dolly im Kleiderschrank eingeschlossen vor. Sie erzählte ihnen von dem Einbruch und dass die Einbrecher auf ihren Mann geschossen haben sollen. Die Polizei hatte von Anfang an Zweifel an der Einbruchsgeschichte von Dolly. Bald schon galt sie als Verdächtige. Doch es mangelte ihnen an Beweisen. Wie hätte sich diese Hausfrau selbst im Schrank einschliessen sollen? Mögliche Mittäter konnte die Polizei zunächst nicht ermitteln. Hätten sie einen Blick hinter die Dachbodentür geworfen, wäre die Geschichte wohl anders ausgegangen. Nach Freds Tod kaufte Dolly mit dem geerbten Geld ihres Mannes ein Haus in einer neuen Nachbarschaft. Besonders wichtig war ihr ein geräumiger Dachboden. Auch wenn Fred nun tot war und es keinen Grund mehr gab, Otto zumindest im Haus zu verstecken, zog er auch im neuen Haus wieder auf dem Dachboden ein. Und zwar für weitere acht Jahre. In dieser Zeit begann Dolly eine Beziehung mit ihrem Anwalt Herman, den sie beauftragt hatte, als die Polizei sie kurz nach Freds Tod verdächtigte. Herman glaubte an ihre Unschuld und wurde erst misstrauisch, als Dolly ihm nach langer, langer Zeit eine Armbanduhr schenkte, die sehr der Uhr glich, welche Fred dazumals gestohlen wurde. Darauf angesprochen erklärte Dolly ihm, sie habe die Uhr damals hinter einem Sofakissen wiedergefunden. Dolly hatte in diesen Jahren viel zu tun. Neben Otto und Herman hatte sie einen weiteren Liebhaber namens Roy. Als Roy herausfand, dass Dolly mit ihrem Anwalt Herman ebenfalls eine Affäre pflegte, wurde er so wütend, dass er zur Polizei ging. Dort erzählte er, Dolly habe ihm kurz nach Freds Tod eine Waffe ausgehändigt und ihn gebeten, diese zu entsorgen. Dies tat Roy dann auch. Später kam auch heraus, dass Dolly die zweite Waffe einem Nachbarn gegeben hatte, welcher diese Waffe in seinem Garten begrub. Und ja, keiner der beiden Männer stellte Fragen, woher diese Waffen kamen und wieso Dolly sie so dringend loswerden wollte. Die Polizei konnte beide Pistolen finden und eine Untersuchung ergab, dass diese das gleiche Kaliber hatten, wie die Waffen, welche beim Mord an Fred benutzt wurden. Kurz darauf wurde Dolly wegen Mordverdacht verhaftet. Im Untersuchungshaft sorgte sich Dolly nun um Otto, welcher nach wie vor hinter verschlossener Dachbodentür lebte. Kurzerhand vertraute sie sich ihrem Anwalt und Geliebten Hörmann an und überzeugte ihn, bei ihr vorbeizufahren und Otto zu versorgen, während sie in Haft sass. Sie erklärte Hörmann jedoch, Otto sei ihr obdachloser Halbbruder, der ab und zu bei ihr lebe und sonst niemanden habe. Hörmann fuhr zu Dollys Haus und traf auf dem Dachboden auf einen etwas dünnen, aber sehr herzlichen Otto, welcher ganz offensichtlich erfreut über den unerwarteten Besuch war. Otto, der nun schon viele Tage mit niemandem mehr reden konnte, fing sofort an zu plaudern und er plauderte und plauderte, bis er Hörmann schliesslich seine wahre Beziehung zu Dolly offenbarte und ihm auch seine Beteiligung an Freds Tod gestand. Hörmann, welcher ja selbst eine Affäre mit Dolly hatte und somit alles andere als neutral war, warf Otto kurzerhand aus dem Haus und berichtete der Polizei von seinem Geständnis. Otto wurde verhaftet und wegen Totschlags angeklagt. Nun hatten auch die Medien von dieser Geschichte Wind bekommen. Ottos und Dollys Geschichte wurde zu einem der grössten Medienspektakel ihrer Zeit. Otto wurde der Prozess gemacht und wegen Totschlags für schuldig gesprochen. Doch lange blieb er nicht hinter Gittern. Aufgrund der Verjährungsfrist für Totschlag wurde Otto kurz nach seiner Verurteilung wieder freigelassen. Otto wechselte seinen Namen und soll wieder geheiratet haben. Dolly, welcher wegen Mordverdacht verhaftet wurde, kam zunächst wegen Mangel an Beweisen frei. Erst als die ganze Geschichte mit Otto herauskam, wurde sie erneut verhaftet. Da Otto Freds erschossen hatte, wurde Dolly wegen Beihilfe angeklagt. Doch ihr Prozess endete ohne Ergebnis. Die Jury konnte sich nicht einigen. 1936 wurde ihr Fall schlussendlich ganz eingestellt. Dolly Österreich heiratete nochmals und verstarb 1961 mit 80 Jahren in Los Angeles. Zum Zeitpunkt ihres Lebens soll ihr Vermögen über eine Million Dollar betragen haben. Noch eine kleine Anmerkung zum Schluss. Die Quellen widersprechen sich, wer der beiden Liebhaber zur Polizei ging. Die einen sagen, es sei Herman der Anwalt gewesen, andere sagen, es sei Roy gewesen. Ich habe mich an die Roy-Variante gehalten, um die Geschichte erzählen zu können. Das war die verrückte Geschichte von Dolly Österreich und ihrem Liebhaber Otto. Affären gibt es ja auch in True-Crime-Fällen immer wieder. Aber den Liebhaber auf dem Dachboden zu verstecken, und das über viele, viele Jahre, ist wirklich eine der verrücktesten Geschichten, die ich bis jetzt gehört habe. Ich bin immer noch ganz erstaunt, dass mir diese Geschichte nicht schon viel früher über dem Bildschirm geflimmert ist. Und nun zu euch. Kanntet ihr die Geschichte bereits und was denkt ihr darüber? Ich freue mich über eure Meinungen und wünsche euch einen guten Start in die neue Woche. Und in Zukunft wird es sogar noch ein bisschen mehr True-Crime geben, für jene, die nicht genug bekommen. Weitere Infos folgen. Bleibt gesund, ihr Lieben! Bleibt gesund, ihr Lieben!